Nun möchte ich für Sie die Textfunktion und auch die Textsorte sowie die Textsortenklassen zusammenfassen. Die Textfunktion meint letztendlich die kommunikative Funktion von Texten. Das heißt also die Absicht des Emittenten, wie der Rezipient den Text auffassen soll. Dabei bestehen enge Zusammenhänge zwischen der Textfunktion und der Textstruktur, denn die Textfunktion bestimmt zusammen mit anderen situativen und auch medialen Gegebenheiten die Textstruktur. Das heißt also die Gestaltung des Textes in grammatischer und auch in thematischer Hinsicht. Man kann hierbei fünf unterschiedliche textuelle Grundfunktionen feststellen. Zum einen haben wir hier die Informationsfunktion. Diese meint, dass der Emittent dem Rezipienten zu verstehen gibt, dass er ihm ein Wissen vermitteln will bzw. ihn über einen bestimmten Aspekt informieren will. Dies ist oft in Verbindung mit expliziven performativen Formeln mit Verben, wie beispielsweise informieren oder mitteilen oder auch benachrichtigen. Häufig findet hier auch eine Verbindung mit dem Sicherheitsgrad bzw. dem Wahrscheinlichkeitswert statt. So beispielsweise ich weiß oder mir ist bekannt oder aber auch es ist wahrscheinlich, möglich oder unwahrscheinlich. Typische Textsorten der Informationsfunktion sind Nachricht, Bericht, aber auch die Beschreibung, wie zum Beispiel ein Untersuchungsbefund oder auch bei einem Sachbuch. Die Appellfunktion als weitere textuelle Grundfunktion meint, dass der Emittent dem Rezipienten dazu bewegen will, eine bestimmte Einstellung einer Sache gegenüber einzunehmen oder aber eine bestimmte Handlung zu vollziehen. Hier haben wir also zum einen eine Meinungsbeeinflussung oder aber eine Verhaltensbeeinflussung. Typische sprachliche Umsetzungen sind dabei explizit performative Formeln mit Verben, wie beispielsweise auffordern, anordnen, bitten oder auch beauftragen, aber auch Imperativsätze oder Infinitivkonstruktionen. Diese werden vor allem häufig bei Kochrezepten verwendet, wie beispielsweise 30 Gramm Butter erhitzen. Hier wird also immer der Infinitiv genommen. Außerdem sind auch typische sprachliche Umsetzungen Interrogativsätze. Hier wird also der Rezipient zur sprachlichen Mitteilung einer Information aufgefordert, wie beispielsweise bei einem Fragebogen oder auch bei einem Zeitungsinterview. Schließlich sind auch Satzmuster mit Sollen, Müssen und Infinitiv ganz typisch. Dies kommt vor allem bei Textsorten wie Werbeanzeige, Propagandatexte, Kommentare, aber auch Arbeitsanleitungen und Gebrauchsweisungen vor. Die Obligationsfunktion meint selbstverpflichtende Texte. Das heißt, der Emittent verpflichtet sich dem Rezipienten gegenüber, eine bestimmte Handlung zu vollziehen. Häufige sprachliche Formen und Strukturen sind dabei explizit performative Formeln mit Verben, wie zum Beispiel Versprechen oder aber auch sich verpflichten, wetten oder anbieten. Außerdem sind bestimmte Textüberschriften ganz typisch, wie zum Beispiel ein Garantieschein, Dienstalt oder auch Vertrag. Dementsprechend sind typische Textsorten, Verträge, Vereinbarungen, Gelöbte oder auch Angebote. Die nächste Grundfunktion ist die sogenannte Kontaktfunktion. Hierbei geht es dem Emittenten um die persönliche Beziehung zum Rezipienten. Er möchte also einen persönlichen Kontakt herstellen oder aber erhalten. Diese Kontaktfunktion ist vielfach an feste gesellschaftliche Anlässe geknüpft. Sprachliche Indikatoren sind dabei explizit performative Formeln mit Verben oder aber mit verbalen Fügungen, wie beispielsweise danken oder um Entschuldigung bitten, gratulieren und so weiter. Typische Textsorten sind dementsprechend Partizipationstexte, wie beispielsweise Gratulations- oder Kondolenzschreiben oder aber auch Ansichtskarten oder Liebesbriefe. Als letzte Funktion schließlich gibt es noch die Deklarationsfunktion. Dabei gibt der Emittent dem Rezipienten zu verstehen, dass der Text eine neue Realität erschafft, also dass die Äußerung, die in dem Text steckt, die Einführung eines bestimmten Faktums bedeutet. Sprachliche Formen und Strukturen, die typisch für die Deklarationsfunktion sind, sind feste, ritualisierte und auch explizite Formeln, wie zum Beispiel, ich setze meinen Bruder als alleinigen Erben ein oder es wird hiermit bescheinigt, ich bevollmächtige hiermit und so weiter. Daneben gibt es auch bestimmte Textüberschriften, die sehr typisch sind, wie zum Beispiel Testament, Urkunde, Bescheinigung oder auch Vollmacht. Typische Textsorten sind dementsprechend auch Testamente, Schuldsprüche, Bevollmächtigungen und so weiter.